Kennt ihr das? Ihr glaubt, ihr habt alles richtig gemacht, eure Accounts sind sicher, die Kennwörter sind auch sicher und einmalig und ihr benutzt Multifaktor-Authentifizierung und dann gibt es auf einmal wieder irgendeinen Medienbericht, der sagt, dieses Thema ist schon wieder vom Tisch. Multifaktor-Authentifizierung ist auch angreifbar. Ja, kenne ich auch, geht mir auch so. Deswegen willkommen zu einer neuen Folge von Bruce Green. Ich bin Alex und unser Thema heute soll sein, meine Cloud oder deine Cloud, Vorsicht vor gefälschten Webseiten. Habt ihr vielleicht in einer unserer Podcast-Folgen auch schon mal gehört, ich verlinke das Ganze auch nachher unten in den Show Notes, könnt ihr euch mal die Folge noch dazu anhören. Und ja, worum geht's? Es ist mittlerweile leider möglich, dass, wenn man heute eben diese Mechanismen wie Multifaktor-Authentifizierung benutzt und von einem Angreifer, zum Beispiel durch eine E-Mail auf eine Seite gelenkt wird, die so aussieht wie ein Microsoft 365 Login-Dialog oder ein anderer Login-Dialog, dann melde ich mich dort, wenn ich meine Zugangsdaten eingebe und dann das Ganze auch noch mit Multifaktor bestätige, aber erstmal nicht bei meiner Firma an oder der Umgebung, wo ich hin möchte, sondern ich benutze das System von dem Angreifer. Der leitet die Anmeldung durch. Das heißt, ich kann da ganz nachher nochmal mit meinem Microsoft 365 arbeiten. Ich merke als Benutzer oder als in dem Fall Opfer von diesem Angriff erstmal gar nichts. Was passiert auf der Rückseite? Der Angreifer hat eine Microsoft 365 Website zum Beispiel den Login-Dialog geklont. Der sieht auch aus wie Microsoft. Dadurch, dass er aber einen sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff durchführt, hat er den Cookie, den er dort ausgestellt hat und den ich von Microsoft bekomme, einfach klauen können. So, und dann geht der Angreifer her, schnappt sich dieses Cookie und meldet sich selber auf Basis nicht von Benutzername, Kennwort und MFA, sondern mit dem gültigen Cookie ebenfalls an einer Microsoft 365 Sitzung an, aber an einer echten. Das heißt, in dem Moment, wo mein Cookie abhanden kommt, ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das heißt, der Angreifer kann sich jetzt komplett frei im Rahmen von diesem Account, von dem er das Cookie geklaut hat, anmelden und da machen, was er will. Das fällt leider wirklich äußerst selten erstmal auf. Vielleicht fällt es dann erst auf, wenn das ein privilegierter Account war, der dann anfängt, Benutzer anzulegen oder Kennwörter zu ändern oder auch Sachen kaputt zu machen oder komische Mails im Kontext von diesem kompromittierten Konto zu verschicken. Aber es ist erstmal ziemlich unter dem Radar. Und tja, das ist natürlich ein riesiges Problem. Da hilft uns an dieser Stelle dann eben auch Multifaktor-Identifizierung nicht weiter. Sprich, wir müssen uns überlegen, wie kann man es denn besser machen? Also die erste Methode, die ich an der Stelle immer tatsächlich unseren Kunden auch empfehle, ist, mach ein Customizing von deinen Login-Dialogen. Also sieh zu, gerade bei Microsoft zum Beispiel, um bei dem jetzt mal zu bleiben, dass beim Login-Dialog hinten dran dieser Splash-Screen irgendwie nach deiner Firma aussieht. Mach dein Firmenlogo rein, mach noch einen Text mit rein, der sagt Willkommen zum Beispiel bei Pegasus. Auch das kann man natürlich klonen, aber das ist schon ein bisschen aufwendiger. Also es ist zumindest nicht so einfach wie diesen 0815-Anmeldedialog, den man eben von Microsoft kennt, zu klonen. Und das wäre schon mal so der erste Tipp an der Stelle. Macht das Customizing, brandet die Umgebung, auch das, was da hinten dran dann zum Beispiel angezeigt wird, damit die Leute, die sich anmelden, auch erkennen, aha, ich bin hier im Kontext von meiner Firma in dem Tenant meines Unternehmens und da bin ich dann schon mal ein Stück weit sicherer. Aber auch das, ihr hört vielleicht schon raus, ist nicht unbedingt hundertprozentig sicher, weil natürlich kann der Angriff deswegen trotzdem noch funktionieren. Wenn der Angreifer sich die Mühe macht und auch diesen gekustomizeden Login-Dialog sozusagen klont, ja, dann habe ich wieder nichts gekonnt. Das heißt, wir müssen hier noch ein Stückchen weiter reingehen. Und wenn ihr euch mal nochmal an das Thema Zero Trust zurückerinnert, da gibt es auch Möglichkeiten, dass ich als Administrator von einer Umgebung sagen kann, ich möchte nicht, dass sich an meiner Umgebung überhaupt irgendwelche Fremdsysteme anmelden. Das heißt, bei der Anmeldung wird auch überprüft, kenne ich das Gerät, vertraue ich dem Gerät, ist da vielleicht auch ein passendes Zertifikat auf dem Gerät installiert und nur solche Geräte lasse ich dann auch entsprechend rein. Das kann man auch zum Beispiel nach Ländergruppen noch sortieren, dass ich sage, ich möchte keine Anmeldungen von außerhalb von Deutschland oder außerhalb des Gültigkeitsbereiches von der DSGVO oder der europäischen Datenschutzrichtlinie oder ich sage halt eben an der Stelle nur Geräte, denen ich vertraue. Und dieses Thema nur Geräte, denen ich vertraue aus Sicht von Microsoft, liest sich im Grunde genommen so, dass ich sagen kann, entweder vertraue ich dem Gerät, weil es eine hybride Domäne gibt. Das heißt, das Gerät ist eigentlich in meiner eigentlichen lokalen Domäne gejoint und verbunden über Azure Active Directory mit meiner Cloud. Sprich, nur diese Geräte dürfen sich denn überhaupt an Microsoft 365 anmelden und dort Dinge tun oder das Gerät ist nativ in Azure Active Directory integriert oder es hat halt zum Beispiel ein Onboarding vorher im Endpoint Manager stattgefunden über Intune und nur mit solchen Geräten unterhalte ich mich auch überhaupt. Alle anderen Geräte dürfen nichts oder dürfen halt einfach entsprechend weniger. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe aber die Möglichkeit auch, dass die Leute über einen Browser von irgendwo auf der Welt, zumindest auf ihr Postfach, ihr OneDrive oder sonst was gucken dürfen, das kann ich alles einstellen, aber damit schiebe ich diesem Angriff erstmal einen massiven Riegel vor. Wenn wir jetzt zurückdenken nochmal, der Angreifer, der hat das Cookie geklaut, sitzt mit einem Rechner, tatsächlich sogar auch in Deutschland von mir aus oder zumindest mit einer IP-Adresse in Deutschland und versucht jetzt diesen Cookie-Stealing-Angriff durchzuführen, dann würde er spätestens an dieser Stelle scheitern, weil die Zero-Trust-Richtlinie, bei Microsoft nennt sich das ganze Conditional Access. Die Conditional Access-Richtlinie sagt, nein, sorry, du scheinst zwar der gleiche Benutzer zu sein, den ich vorhin gesehen habe, du hast auch das passende Cookie, aber dein Gerät, das kenne ich nicht und mit dem unterhalte ich mich an der Stelle auch gar nicht. Also wirklich eine sehr gute Maßnahme, um diesen Angriff tatsächlich auszuhebeln. Wissen viele gar nicht, dass sie das mit ihrer Lizenz vielleicht schon können. Standardmäßig dabei ist es zum Beispiel bei den Business-Premium-Plänen. Es ist auch standardmäßig bei den größeren Enterprise-Plänen dabei. Wenn man jetzt was Kleineres hat, wie meinetwegen eine Business-Standard oder eine reine Exchange-Online-Lizenz, dann habe ich trotzdem auch die Möglichkeit, hier entsprechend vorzubeugen, indem ich diesen Plan einfach durch eine Azure Active Directory Premium Plan 1 E3-Lizenz erweitere oder, wenn ich es gleich ein bisschen größer gerne haben möchte, dann einen EMS-Plan, also Enterprise-Mobility- und Security-Plan E3 oder E5 dazunehmen. Kostet nicht wirklich viel, aber macht das Thema Account-Sicherheit und Gerätesicherheit um so viel besser und damit kann man diesen Angriffen, was das Thema Cookie-Stealing angeht, natürlich super vorbeugen und ich schütze mich natürlich auch vor anderen Themen, wie eben das dann zum Beispiel auch sonst Geräte, die jetzt nicht mit einem gestohlenen Cookie, aber mit nur Benutzername-Kennwort ohne MFA sich an meiner Umgebung anmelden, natürlich auch komplett vor. Das heißt, diese Geräte sind ausgesperrt, die kommen auch nicht mehr in die Umgebung rein und damit kann ich zumindest an der Stelle garantieren, dass nur das, was ich kenne, auch sich an meiner Umgebung anmelden kann. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein in aller Kürze zu diesem Thema. Seid da auf jeden Fall wachsam. Guckt euch das auch bei euch in der Umgebung mal an, ob man vielleicht diese Lizenz schon eben hat und wenn ihr Fragen dazu habt, dann einfach gerne auch bei uns melden. Ihr findet meine E-Mail-Adresse unten direkt in den Shownotes. Unten in den Shownotes neuerdings ist auch ein Link dabei, wenn ihr einen Beratungstermin haben möchtet, könnt ihr da einfach raufklicken, bucht euch bei mir 30 Minuten kostenlose Beratung, dann unterhalte ich mich gerne mit euch auch zum Beispiel über dieses Thema. Wir können da ganz unverbindlich einfach mal eure Situation besprechen und wenn euch das gefällt, was ich da entsprechend zu sagen habe, dann machen wir einfach vielleicht nochmal einen größeren Termin oder einen Workshop dazu. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr die Möglichkeit nutzt. Wie gesagt, ist jetzt ganz neu bei uns in den Shownotes zu finden und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns zur nächsten Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.